Es hält sich ja noch immer tapfer das Gerücht, dass der amerikanische Markt und der deutsche Markt Hand in Hand geht. Das heißt, dass der DAX sowieso nur das macht, was die Amerikaner machen. Spätestens jetzt, wenn wir auf den Chart blicken, sehen wir, das ist offensichtlich nicht so. Nochmal ganz kurz die aktuelle Situation und wir werden uns natürlich beide Teile des Marktes anschauen. Gucken wir mal auf den DAX, dann sind wir immer noch im Bereich der Unterstützung. Aber, ihr seht schon, wir sind in Richtung Unterseite unterwegs. Das heißt, wenn diese Unterstützung wirklich irgendeine Bedeutung haben soll, wenn die Marktteilnehmer sagen, ach komm, jetzt kaufe ich einfach, dann sollten sie das bald tun. Ansonsten ist da irgendwann mal der Zug abgefahren und zumindest mal dieses Argument für einen möglichen Dreh nicht mehr gegeben. Aktuell sehen es die Marktteilnehmer allerdings eher hässlich. Wir sehen das ja auch im DAX Future und dann seht ihr, dass wir aktuell eben ganz klar nicht stark unterwegs sind. Im Gegenteil, immer noch fallende Kurse. Wir haben stabil sogar im Future die 12.900er Marke zwischendurch mal angetitscht. Keine Sorge, wir sind wieder etwas drüber. Trotz alledem, also es sieht alles andere als nach einer Aufwärtsbewegung auf. Also jetzt kaufen, ja oder nein? Ja, wieso soll ich jetzt kaufen? Der Markt ist auf der Abwärtsseite unterwegs. Dann gehe ich doch nicht in den Kaufmarkt. Ja, aber wir sind eine Unterstützung. Völlig zu Recht ist die Überlegung, jetzt Longs zu haben. Aber mein dringender Tipp ist, lasst euch das bestätigen. Eine Idee wäre zum Beispiel sowas in der Art. Das ist jetzt nicht ganz so toll, weil eigentlich auch dreiwellig. Aber je stärker es hier tapfer nach oben geht und wenn es dann wackelig runterkommt und diese Zwischenhochs hier, irgendwie brechen, diese Zwischenhochs, dann ist es ja in Ordnung. Also sollen wir hier drauf warten? Ja, vorsichtig. Das ist eigentlich jetzt schon der tiefste Punkt, der ja sogar tiefer als die Geschichte ist. Ich würde es jetzt umdrehen und sagen, lasst ihn jetzt wieder einen Anstieg machen, so ähnlich wie den. Lasst ihn wieder in irgendeiner Form wackelig runterkommen und dann steigt er ein. Also jetzt hier einfach blindlings, komm, ich gehe jetzt einfach long, finde ich nicht gut. Ich mag völlig falsch liegen damit. Es wird hin und wieder auch klappen. Aber ihr seht, wie häufig der Markt einfach gesagt hat, letzte Tief, auch hier das letzte Tief und zack, nochmal wieder nach unten runter. Das ist einfach zu häufig. Ihr seht das. Ein Tief, hier, dann gehe ich jetzt hier long. Dann hier, wieder Unterstützung, gehe ich long. Es ist bislang nicht in Ordnung gewesen. Der Markt hat nicht dieses Verhalten gezeigt. Die eine Seite stark, die andere schwach. Wenn er das tut, dann finde ich die Long-Seite gut. Das wäre jetzt so, wie ich es gezeichnet habe, ungefähr da. Aber vorsichtig, die Marken auswendig zu lernen, die ich hier gezeigt habe, das macht wenig Sinn. Denn ich kann euch noch nicht sagen, ob es jetzt heute Nachmittag so aussieht. Kann ich mir absolut vorstellen. Das kann auch so aussehen. Kann ich mir absolut vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es so aussieht. Und jedes Mal habt ihr etwas andere Einstiege. Hier ist es aber immer dieser Punkt. Und wenn es mehrmals wackelt, also mit Kursüberschneidung, dann ist es eben entsprechend dieser Punkt hier. Also diese Logik, die bleibt natürlich grundsätzlich bestehen. Erfordert aber, dass wir vorne einen Anstieg haben und anschließend mal eine kurze Pause, die ganz klar zeigt, dass das nicht die Hauptrichtung ist. Es achtet immer darauf, dass dieser Rücksetzer ungefähr gerne in den Bereich, machen wir das mal hier so, in den Bereich 38 bis 61 geht. Das muss nicht so sein. Das ist aber vorrangig. Und das nicht nur einwellig. Hier bis dahin ist nur einwellig, sondern dreiwellig oder eben mehrfach wackelt irgendwie was, dass ihr seht, dass das deutlich die schwächere Richtung ist. Dann bin ich auch beim DAX wieder gewillt, mit einzusteigen. Im Moment sehe ich das nicht. Das heißt, ich sehe mit Argwohn auf die Unterstützung, mit einer gewissen Chance, dass der Kurs jetzt hier dreht, die sich aber hier erst noch herauskristallisieren muss. Aktuell scheinen die Marktteilnehmer nicht wirklich darauf aufzuspringen. So, und jetzt der Unterschied zum amerikanischen Markt. Hier der Dow Jones. Und dann sehen wir, anders als beim DAX ist hier die Bewegung nach oben. Auch im kürzerfristigen Chart, die Bewegungen sind hier eher noch nach oben. Also, ihr seht, das ist nicht mal so, dass die in gleiche Richtung gehen müssen. Es ist durchaus denkbar, dass es unterschiedlich ist. Die Gründe dafür mögen vielseitig sein. Zum Beispiel ist ein Grund sicherlich die unterschiedliche Notenbankpolitik zwischen der EZB und der FED beispielsweise. Alleine unterschiedliche politische Ansichten, unterschiedliche Maßnahmen und auch unterschiedliche Intensität der Aktivitäten. Das kann natürlich aber auch die Ukraine-Situation sein. Ja, die Amerikaner leiden da deutlich weniger darunter. Im Gegenteil, wenn die Europäer jetzt anfangen, tapfer Waffen zu kaufen, werden sie das wahrscheinlich in etablierten Märkten tun. Und die Amerikaner stehen da sicherlich im buchstäblichen Sinne gewähr bei Fuß und sind gerne bereit, da ihre Systeme anzubieten. Was natürlich für uns ein Abzug von Geld bedeutet, für die Amerikaner ein Zuwachs für die Wirtschaft. Also insofern ist es durchaus nachvollziehbar, dass da unterschiedliche Argumente die Preise in die unterschiedlichen Richtungen drehen. Also jetzt kaufen ist also aufwärts die richtige Richtung. Also wenn ich hier im 5-Minuten-Chart das mal angucke, ihr seht, das ist hier eigentlich gar nicht so schlecht. Sowas hier in der Richtung finde ich doch genau super. Und anschließend dann sowas wie eine Korrektur, dass das eher korrektiv ist. Also ich sehe eine ganz gute Chance, dass wir auch weiterhin noch nach oben kommen. Ich muss allerdings dazu sagen, das ist nicht der erste Tiefpunkt. Das ist ja dieser hier. Das heißt, es ist nicht die erste Welle. Es ist also denkbar, dass wir hier zwar noch ein bisschen hochkommen, also noch ein bisschen höher. Ihr seht das hier noch in der Zeichnung. Das muss nicht direkt sein, aber dass wir irgendwie 30.800 nochmal sehen, würde mich jetzt überhaupt nicht wundern. Das heißt, ich bin vorläufig eher bullisch eingestellt. Für all diejenigen, die jetzt am Nachmittag unterwegs sind und sagen, Mensch, Rüdiger, sag mal was, am Nachmittag kaufen, verkaufen, was ist denn da so eher deine Lieblingsrichtung, muss ich sagen, dass aktuell mir die Aufwärtsrichtung generell besser gefällt. Und Rücksetzer, die wir zwischendurch mal haben, würde ich ähnlich wie das beim DAX als Idee, das ist ja nicht, dass es passiert, aber wenn es passiert, naja, die war stark, dann wäre die schwach und dann die Aufwärtsrichtung. Und es würde ja mit unseren insgesamtigen Ideen auch hier vorne stark, hier schwach, hier nach oben. Ihr seht, ich klähe hier viel in den Markt rein. Das Bild suggeriert aber, dass die Aufwärtsseite aktuell die bessere ist, die stärkere ist. Allerdings die Frage, wie weit die Ziele reichen, ist offen. Deshalb ein Tipp für all diejenigen, die jetzt mit engen Trades arbeiten, also sagen, komm, ich probiere das mal, ich gehe mal rein, ich nehme auch schnell Gewinne mit. Die können natürlich sagen, komm, dann setze ich hier oben irgendwo meine Gewinnmitnahme hin und fertig. Für all diejenigen unter euch, die jetzt sagen, das ist überhaupt gar nicht so meins, ich würde eigentlich gerne jetzt eine Position eröffnen und dass die weit läuft. Dann könnt ihr aus meiner Sicht hier in diesem kurzen zumindest mal ein Trade machen. Und wenn der Kurs sich dann da in diese Zone da oben reinbegibt, zieht ihr einfach den Stop ungefähr auf den Einstieg und sagt euch, wenn es weiterläuft, super, ich habe es immer gewusst. Und wenn der Kurs dreht, könnt ihr sagen, naja, ist ja nichts Schlimmes passiert. Ich habe es zum Einstieg wieder verkauft. Ich hatte eine realistische Chance, dass wir uns nach oben absetzen. Und wenn es nicht weit genug reicht, nehme ich es da mit. Die nächste Variante für einen Stop, die liegt eigentlich dann erst wieder, dass wir hier unten irgendwo liegen. Oder sprich, die 78er Marke, viele von euch können damit was anfangen. Will ich jetzt hier nicht breittreten, unbedingt erkläre ich in einem anderen Format mal wieder. Aber das wäre so, wer jetzt sagt, Mensch, Rüdiger, wir sind an Unterstützung, sollen wir jetzt nicht mal versuchen zu kaufen. Und dann, also von Säulen kann ich die Rede sein, ist aber natürlich ein Gedanke. Ihr müsst nur damit rechnen, wenn er da durchfällt und dann geht es wieder los. Mache ich den Stop weit, mache ich noch weiter und so weiter. Da würde ich sagen, nee, entweder das zählt schon, dann kommt der Stop hier drunter, unter diese Tiefmarke, das ist das Tief vom 17. Juni. Das war ungefähr 29.650. Vorsichtig, das ist der Future, nicht der Index. Aber so, dass ihr da so eine Orientierung habt. Das wäre zumindest mein Ansatz. Wie gesagt, ich finde es schöner, wenn ich sehe, dass wir eine Starke bekommen. Anschließend die nächste Korrektur abwarten, dann einzusteigen. Dann habe ich nämlich auch etwas höhere Stops. Und ich habe eine Bestätigung, dass das stärker ist, als das, was wir hier haben. Ihr seht also, das, was ich hier bis 800 gezeichnet habe. Irgendwann wird das dann auch mal auslaufen. Und wenn wir dann eine Korrektur bekommen, dann würde ich die nutzen. Wenn wir Pech haben, läuft der vorher. Das ist also die Hommage an die kürzerfristigen, die sagen, oder gehe ich jetzt vorher rein und bleibe einfach da drin. Was von den Sachen passiert, wissen wir nicht. Ich bin immer erschrocken über die vielen Nachrichten, die ich bekomme, so von wegen, ja, nichts Genaues weiß man nicht. Ja, wir wissen überhaupt nicht, was passiert in der Zukunft. Unsere Fähigkeit liegt nicht in der Vorhersage, was der Markt macht. Unsere Fähigkeit liegt an der Gestaltung, wie wir mit dieser aktuellen Unsicherheit umgehen. Und die Gestaltung ist grundsätzlich sinnvoller, mit der starken Seite zu gehen, die schwache Seite abzuwarten und dann mit dem nächsten starken dann gegebenenfalls eben wieder reinzugehen. So, und wer das jetzt verpasst hat, der kann immer noch sagen, wieso? Mit der starken Seite, der schwache jetzt abzuwarten. Denkt an die Trigger, wenn ihr hier so ein Dreiweller habt hier in der Art. Also genauer wird es nicht. Viele wünschen sich ein ganz exaktes Handelssignal. Das gebe ich immer wieder gerne mal im Trade des Tages oder bei Born for Trading. Wisst ihr das ja, gebe ich diese Signale immer wieder gerne raus. Aber in dieser Situation jetzt für die Nachmittagshändler, der Punkt muss sich ja erst noch entwickeln. Und wenn der Kurs jetzt sowas macht, wo ist jetzt der Long-Einstieg? Man sieht ihn nicht. Und genau das ist der Punkt. Dann gehe ich ja auch nicht Long. Also ihr seht das, orientiert euch an diesen Punkten und dann habt ihr eine ganz gute Marke, wie ihr da was machen könnt. Das ist natürlich bei den amerikanischen Indizes jetzt überall so. Man hat sogar fast den Eindruck, dass das, was der S&P hier macht, komm, da gehen wir mal eine Nummer größer, also im Großen sowieso, auch hier aufwärts mit Zielen, die nochmal 3820 oder vielleicht noch ein bisschen höher gehen. Und auch bei dieser Bewegung, im Verhältnis zu dieser Bewegung, hat man den Eindruck, aufwärts ist besser. Da machen wir mal eine schnelle Messung. Rücksetzer, haben wir gesagt, sollte in diesen Bereich reingehen und es sollte dreiwellig oder mehrwellig sein. Das haben wir. Das heißt, man kann jetzt sagen, komm, dann gehe ich doch genau an dieser Stelle Long und wir sind ja hier schon einmal getriggert worden, denn wir sind da schon einmal eben nach diesem Tief, sind wir danach nochmal da drüber, ich mache das mal ein bisschen größer, das ist das Zwischenhoch 1530 heute bei ungefähr 3792. Das heißt, jetzt die Long-Seite, Stopp hier unten drunter und Erwartungshaltung, dass wir dieses Teilstück da hinten nochmal bekommen. So, und ich kann euch nicht garantieren, dass das gut geht. Ich kann nur sagen, ich riskiere so viel, wenn ich den vollen Risiko, wenn ich hier auf die 78er, dann liegt es ungefähr hier der Stopp, das ist ungefähr bei 3769 in etwa, dann habe ich sogar diese Stopp-Weite und meine Gewinnweite ist die, plus x für weitere Chancen nach oben. Dann sehe ich, wenn ich wirklich ganz minimal unterwegs bin, ist das CRV, das Chance-Risiko-Verhältnis, nicht super, es ist aber ein okay Trade, denn ich denke, die Chancen sind besser nach oben, also ist das in Ordnung. Normalerweise mag ich aber lieber, wenn dieses Chance-Risiko-Verhältnis noch besser zu meinen Gunsten ist, das heißt, wenn ich mehr auf der Gewinnseite habe, aber guten Gewissens, kann ich das nicht sagen, ob es da weitergeht. Bis dahin sehe ich eine sehr gute Chance und ab da eben müssen wir abwarten, ob das tatsächlich passiert. Also Long, ja, ihr seht, so bauen wir unsere Trades auf. Insofern finde ich die Long-Seite hier nach wie vor die bessere, auch beim S&P 500. Jetzt gucken wir mal, ob es der Nasdaq noch schöner macht. Da sehen wir mal, hier im 5-Minuten-Charge, finde ich fast am schlechtesten von all denen. Denn wenn ich mir diese Bewegung von da bis da angucke, die sieht eher dreiwellig aus. Selbst wenn ich mir die angucke, habe ich eher fast dreiwellig, wobei da ist ja auch noch eine kleine Korrektur. Aber auch hier haben wir einen Rücksetzer und da ist das überschneidend. Je nachdem, welches hoch ich nehme. Also da wäre ich am vorsichtigsten. Also Nasdaq, sagen wir mal so, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir auch hier nochmal hochgehen. Ihr seht aber, der Markt ist noch nicht wirklich in der Stimmung von ganz sicher jetzt, wir wechseln alle auf die Kaufseite. Vorläufig trotzdem sehe ich die Kaufseite als die bessere, als die sinnvollere an. Vielleicht nicht unbedingt beim Nasdaq, aber Dow Jones und S&P 500 fand ich da gar nicht so schlecht. So, jetzt wird das Video schon wieder so lang, deshalb breche ich an der Stelle ab. Ich habe euch jetzt mögliche Szenarien aufgezeichnet, auch ganz konkret sogar. Guckt mal, welches dieser Szenarien sich ergibt. Merkt euch diese Zwischenhoch, merkt euch diese Rücksetzer nach Fibonacci. Die helfen euch, die Aussagen ein bisschen zu konkretisieren. Euch jetzt einen erfolgreichen Nachmittag und viel Spaß an den Märkten. Alles Gute.